Hallo meine Lieben, also ich wollte euch nur zur Info sagen, ich habe WhatsApp, Instagram und Hangouts, Hangouts kennen wir, und Google Plus, ja, und nur zur Info, dass ihr wisst, welche Apps ich habe zum Chatten, ja, und ich hoffe, ihr werdet mich da besuchen, gebt mir eure Nummer, falls ihr wollt, ja. Tschüss.